Du bist begabt, mit Jesus hochbegabt. Im heutigen Evangelium ist es für Jesus keine einfache Situation. Kurz vorher bekommt er die Nachricht, dass Johannes der Täufer enthauptet wurde. Jesus war wahrscheinlich traurig, bedrückt und er möchte einfach in die Ruhe gehen, in die Stille, um vielleicht mit seinem Vater zu sprechen und Trost zu finden im Gebet. Doch die Menschen folgen ihm zu Tausenden. 5000 Männer ist geschrieben, mit Frauen und Kindern wahrscheinlich 10.000 bis 20.000 Menschen. Und diese Menschen wollen die Begabungen, Talente und Fähigkeiten, die Jesus hat, in Anspruch nehmen. Und Jesus hat Mitleid mit ihnen und heilt dann auch somit viele Menschen und schenkt ihnen wahrscheinlich auch Trost und Zuversicht und lehrt sie auch. Und als es Abend wurde, da wollten die Jünger diese Menschen schon in die umliegenden Dörfer schicken, damit sie dort etwas zu essen kaufen. Und da sagt Jesus ganz schön eben, nein, sie brauchen nicht wegzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Also Jesus möchte, dass auch die Jünger ihre Verantwortung, ihre Fähigkeiten, die sie selbst haben, wirklich auch beanspruchen. Und Jesus bewirkt dann dadurch eben dieses Wunder der Speisung von diesen tausend von Menschen mit nur fünf Broten und zwei Fischen. Das ist das, was die Jünger hatten. Das stellen sie zur Verfügung, zum Wohle der Menschen. Und Jesus kann daraus eben noch viel mehr bewegen, sodass alle, wirklich alle, satt wurden und letztendlich sogar noch zwölf Körbe voll Brote eingesammelt wurden. Wir dürfen diese zwölf dann sicher auch so verstehen, dass die Gnaden, der Gnadenschatz letztendlich von Gott, diese Fülle der Liebe eben den Apostel anvertraut wird und somit den nachfolgenden Apostel der Kirche. Und dass die Kirche diesen Gnadenschatz für alle Menschen bereit hat und möchte, dass alle Menschen satt werden von der Liebe Gottes. Und dieser eine Satz heute enthält jetzt nun eine ganz wichtige Lehre auch für uns bereit. Es ist wichtig, dass wir unsere Talenten gaben, unsere Charismen, die uns geschenkt wurden von Gott, nicht brach liegen. Wir sollen sie einsetzen für die Menschen, im Dienst für die Menschen. Jesus möchte unsere tatkräftige Mithilfe. Jesus hätte dieses Wunder der Speisung auch selbst bewirken können. Aber nein, er wollte, dass die Jünger das geben, was sie haben. Die fünf Brote und zwei Fische. Und so bewirkt er das Wunder. Also vielleicht ist es heute, vielleicht auch für uns mal, Gelegenheit dazu, dass wir mal still werden, ein Blatt Papier vielleicht ganz konkret nehmen, Bleistift mal aufschreiben. Was sind meine Gaben, Talente, Charismen, Fähigkeiten, die Gott mir geschenkt hat, die ich vielleicht schon gebrauche für meine Mitmenschen, für die Kirche oder die, die noch brach liegen. Und vergleichen wir nicht. Das bringt uns nicht weiter. Es geht jetzt um jeden Einzelnen von uns, dass wir uns im Dienst Gottes stellen. Da lohnt es sich nichts zu vergleichen. Es geht nicht um Konkurrenz. Es geht nicht darum, dass er eine mehr hat oder schönere oder bessere hat. Nein. Es geht darum, dass wir das, was wir eben in uns tragen, vervollkommen verwirklichen. Und jeder von uns ist ja ein Geschenk Gottes. Jeder von uns ist in den Augen Gottes eben vollkommen. Aber er muss das, was in ihm ist, eben auch verwirklichen. Also, der, der vielleicht scheinbar mehr Talente hat, dem ist auch mehr Verantwortung anvertraut und somit eben wird er auch mal, wir können sagen, strenger gerichtet, wenn er mal vor Gott hintreten tut. Also, die Gaben und Talente sind nie für uns. Sie sind für den Anderen. Charismen sind immer eine Dienstgabe. Es geht nicht um Selbstverwirklichung, um Egoismus. Es geht nicht darum, sich über den Anderen zu erheben und stolz zu werden. Gerade bei den Talenten und Gaben und Charismen ist es so wichtig, dass wir die immer in Demut anwenden. Demut heisst ja der Mut zur Wahrheit über sich selbst. Und die Wahrheit über uns selbst ist, wir sind und bleiben Sünder. Wir sind Geschöpft und er ist unser Schöpfer. Und ihn beten wir an. Das ist die Wahrheit über uns selbst. Und in diesem Sinn ist das uns ja auch nur anvertraut, diese Gabe, dieses Geschenk, das wir als Dienstgabe für die Anderen eben einsetzen. Es gibt nur ein Charisma, das für einen selbst ist. Das ist das Charisma des Sprachengebets. Ein oft heute missverstandenes Charisma. Aber ein sehr schönes Charisma, denn es ist eine Form der Ganzhingabe, wo ich mich ganz Gott überliefere und so sogar die Kontrolle über meinen eigenen Sprachgebrauch Gott übergebe, damit er ganz eben in mir konkret werden darf im Heiligen Geist. Und so ich erfüllt werde vom Heiligen Geist. Aber in diesem Sinn ist es natürlich dann auch wieder ein Geschenk, ein Segen für die Gemeinschaft. Denn jemand, der ganz erfüllt ist vom Heiligen Geist, kann nur ein Segen für die Mitmenschen sein. Ein wichtiger Grundsatz ist nun jetzt ganz wichtig, ein geistlicher Grundsatz, die Dinge, die Gott schenkt, werden mehr, indem man sie weiter schenkt. Also alles, was ich für mich behalte, ist letztendlich verloren, kann nicht fruchtbringend sein. Somit ist es ganz wichtig, dass ich mich eben ganz hingebe. Sehr schön kommt das zum Ausdruck bei der Gabenbereitung, wo der Priester dann betet, betet Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefallen hat. Mein Opfer, also in persona Christi, durch die Weihe bin ich hineingenommen in das eine Priestertum Christi und somit wird eben dieses eine Opfer, dieses einmalige eine Opfer gegenwärtig auf Golgotha und werden so Brot und Wein in Leib und Blut Christi gewandelt für uns, zu unserer Stärkung. Aber das heisst nicht nur mein Opfer, sondern auch euer Opfer. Also Jesus möchte, dass auch wir uns ganz hingeben auf den Altar. Unser ganzes Leben, aber auch unser ganzes Sterben. Alles, was uns Leben gibt, Leben schenkt, aber auch da, wo wir vielleicht schon gestorben sind durch Verwundungen, Verletzungen, Misserfolg. Alles sollen wir Gott hingeben, damit er es verwandeln kann. Und Jesus ist ein Gentleman. Er rührt nichts an, was wir ihm nicht geben. Er verwandelt nur das, was wir ihm schenken. Also nicht derjenige ist der Heiligste, der Beste oder Vollkommenste, der voll im Mainstream ist, der die neueste Garderobe gerade anhat und die beste Musik hört und ein Vokabular hat, das voll im Trend ist. Nein, der, der die ihm geschenkte Zeit sinnvoll nutzt und die Talente eben entfaltet, die in ihm sind, die Aufgaben, die ihm anvertraut sind, auch erfüllt in Familie, Beruf, Gesellschaft und Kirche. Und ebenso ganz konkret Gottesliebe und Nächstenliebe praktiziert. Aber zuerst die Gottesliebe und dann daraus die Nächstenliebe. Denn sonst ist die Nächstenliebe einfach ein soziales Werk. Aber mit der Gottesliebe, aus der Beziehung zu Gott heraus, kann es eben gewandelt werden und eine Fülle werden. So wie Jesus eben diese Speisung der 5000 Männer eben da wirklich alle satt wurden. Er will die Fülle. Er will, dass es fruchtbringend ist. Also unser Schöpfer lehnt uns ein, dass wir voll Weisheit und Liebe im Plan Gottes mitwirken. Und das bewirkt ja in uns dann auch wirklich Erfüllung, Freude, Friede. Und so multiplizieren wir sogar noch die Talente, die Gaben, die Fähigkeiten, die wir bekommen haben. So wie wir im Gleichnis der Talenten auch lesen können. Das, was wir zum Wohle Menschen einsetzen, was uns anvertraut ist, wir wirklich auch einsetzen für die Mitmenschen, was wir geben, das ist fruchtbringend und vermehrt sich. Also vertrauen wir auf Jesus. Er wird uns nie überfordern, so wie er uns auch nie ein Kreuz anvertrauen würde, das uns zu schwer ist. Nein. Jede Gabe kann so zu einer Gnade Gottes werden, wenn wir sie mit Christus machen. Und so werden wir nicht einfach begabt. Und wir sind nicht einfach begabt. Mit Jesus ist es noch fruchtbringender. Es multipliziert sich. Und wir werden so zu hochbegabten. Nehmen wir diese Verantwortung wahr. Wie Paulus es uns sagt, vernachlässige die Gabe nicht, die in dir ist und die dir verliehen wurde. Und wir werden so zu hochbegabt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020